Schock bei Borussia Dortmund. Neuzugang Henrik Mkhitaryan hat sich beim 4 zu 1 Testspielsieg beim Schweizer FC Luzern einen Teilriss der vorderen Syndesmose am rechten Sprunggelenk zugezogen. Damit wird der 27,5 Millionen Euro teure Mittelfeldspieler dem deutschen Vizemeister höchstwahrscheinlich zum Saisonstart fehlen. Nach erster Einschätzung wird der Armenier vier Wochen ausfallen. Mkhitaryan hatte die Blessur bei seinem Treffer zum 3 zu 1 erlitten und wurde wenig später ausgewechselt. Untertitelung des ZDF, 2020